Prozent Prozent ich so schön nach allen Regeln der Kunst abgezogen sogar hochgeladen ist da du bist ja so ganz kluge Bist du da runtergefroren? Ja, das ist meine Sache liegt hier in der Erde so zehn eine Steinspitzsacke das wertvollste was ich dabei hatte war mein Eimer sorry, du hast einen Eimer unten rum ach ja so, das einmal dahin, das dahin, das dahin jetzt hier der Eimer, der bockelt so, wie komme ich jetzt hier wieder hoch, wie war das noch? so, ich mach aber wieder meinen anderen Skin rein ja, dein anderer war auch besser ich mein, der ist zwar witzig, aber es ist scheiße, weil der Kopf halt so dünn ist ja, das nenn ich hier Maßarbeit, ja? so und nicht anders gehört hat mein Handy, äh, hat grad glaub ich nen Anfall aber das liegt hinten irgendwo im Bett hat grad einen Anfall natürlich so hilf mir bitte tippe einfach nur roh, äh, grün dann rufst du schon ne Notarzt an Hilfe ich glaub mein Handy hat nen Anfall so, Asthma, aber ja, genau, alter, als Maul, Asthma ist cool nein, ist es nicht die ist toll, ne, die Brücke, die ist toll ganz toll, die ist toll ja, ich bin ganz talentiert hier liegt nur XP rum und ich kann da sich aufnehmen, weil mir im Internet zu schlecht ist oder was sagst du? ah, jetzt kann ich's aufnehmen, genau mein Internet ist so schlecht zum XP aufsammeln ne, geht eigentlich grade, dein Internet ja, im Moment ist auch gut, aber ich denke, ich hab mein Bruder zockt grad nicht mehr und mein Vater macht dann auch nichts beim Internet und dann ist gut Alter, ist das so schlimm, ey ist so ganz ehrlich ich hab mir überhaupt nen eigenen Anschluss gekauft, ey ehrlich, wie viel Geld hast denn du? also wie viel, verdienst du Geld im Monat? oder? er kommt drauf an, also ich hab ja hier bei dem Betrieb, wo ich ein Praktikum gemacht hab wenn die, äh, jemanden brauchen, dann rufen die mich an und das ist so ungefähr jedes zweite Wochenende und so ein Wochen, äh, das dann immer ein Samstag und ein Samstag sind so um die 45 Euro hm nun hab ich noch YouTube ja, ey, was verdienst du da so ungefähr? ja, so 16 Millionen im Jahr schon ach so, ich dachte in einer Minute jetzt da so, fün, fün, fün ja, ja wie viel du dann alleine in der Sekunde verdienen müsstest, ne ist so ja, machst du ja, aber deswegen hast du da ja Erfahrung nein, das kostbarste, was ich hatte, ist entfernt worden meine Steinspitzhacke, ich rette dich ich rette dich so du auch immer sein magst boah, ich lieber einfach meine Steinspitzhacken, ey mach einfach grad nur was mit Steinspitzhacken ja vielleicht mein Eisen für einen Eimer ausgegeben hab damit man hier damit man hier ich hab mich noch gar nicht um Eisen gekümmert, alter dieses let's play ist genau so wie ich mir das erhofft hab und zwar nicht nur dieses ganz normale ja, Eisen ja, Diamanten ok ja, deswegen grabe ich ja das Teil guck mal wie weit ich hier runtergraben muss, Junge ich bin auf Ebene 41 das ist übelst krass ich weiß gar nicht auf welcher Ebene ich bin ganz oben bin ja, jetzt wär so ne Quarry gar nicht so schlecht, wa ja, so oben aufm Berg draufsitzen, weißt, und dann so bis zum Bedrock ja, wie das ne Quarry so an sich hat, wa nein, meine Steinspitzhack ist weg ich bin ganz normal ich bin ganz normal hat der Pasi seine Steinspitzhack verloren ja, aber er hat sie gerade wieder gebaut weißt du, vor allen Dingen äh, ja Niklas meint so jetzt so, ja, gestern zu mir, weißt du weil ich jetzt mit dieses Projekt mache, dass wir Craft Attack nachmachen, weißt du Craft Attack, was ist das? das ist auch auf so ner zerklüfft Welt ok und da bauen die halt ohne Regeln also, äh, man muss nicht aufnehmen aber man muss halt dann so mindestens einmal im Monat so nen Statusbericht machen und so was ok wie man ist und man kann halt auch so frei drauf bauen und so ein bisschen das ist voll nachgemacht ja was wir machen ja soll er meinen höh, ich kenn das nicht mal ehrlich aber ich kann die Projekte, das hat sich angeguckt und dann meinte er so, ja was guckst du denn davon? äh, nichts ja, aber es gibt ja sowieso immer so ganz komische Projekte, sowas die TII-Pack und so ein Scheiß sollte es vor allem hatte die Zeit dafür irgendwie es sind ja dann die Kuh ist hier voll gechillt b im Berg ja und ich hab die zwei neue Küken beschert bin ich nicht toll wo auf welche Ebene muss ich ihn jetzt auch runter 6 3 1 starten kopf stößt 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 man nicht alter Auer 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 und die zu weit einfach runter aber ich habe mich sehr mann ein fiel entweder mehr aufnehmen kurz über den m3 und dann wird es unbedingt mehr aufnehmen auf jeden Fall wenn ich auch so nach Geld da ich fast abgang gemacht da bin ich mal ebenso in der Mitte runter ja alter ich hab nur ein Herz ich sollte das jetzt lassen regeneriere bei meiner Treppe ja ne bei deinem Schlepphoden als ich mich hochrangeln wollte was ich hab das ich hab das ich hab das oder ein Herz äh hast du ne Spitzsacke für mich so eine meine ist kaputt ja danke jetzt Bezahlung hier die nächsten drei Erze die du findest die Eisen sind krieg ich so so ich bin ich sehe es ist so irgendwie so Diamanten oder so oh nee hast du einfach schon mal Diamanten oder ich finde so einfach gar keine Erze mehr ne aber oben dann kriegst du Schläge nein nicht runterfallen schön steuerung gedrückt halten und immer schön hier boah 33 oh doch so schnell oh jetzt grabe ich runter bis auf 31 ja bin ganz talentiert wieder mal ja wie man mich so kennt falle ich zweimal an der gleichen Stelle runter moin ich bin übrigens der Silas ich falle bei jeder Stufe runter hui ich bin oben hui 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 hab ich dir das geschickt ja ne ja das ist so geil das ist so geil ey ehrlich oooooh herrlich ehrlich das ist herrlich aah pff 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 hier küsst' ein Ei Moment jetzt muss ich mal ganz kurz hier Optionen das geht mir leid ich hab noch kein Erz gefunden ne ne wahrscheinlich hat er jetzt so Diamanten oder so ne hab ich geschickt nicht ja und interessiert mich doch n Scheiß ich kann dir Kohle geben alter und Spaß Facepool ohne Facepool geht ja gar nix mehr bei mir ne ja da guckst du mich an ne da guckst du mich an oh Entschuldigung da hab ich dich gehauen ich hab ja warte wie heißt das Chroma Hills ist richtig geil muss Mario Craft Dingens da rein machen auf jeden Fall kann alles alter Michael Craft kann echt alles ehrlich das sieht so geil aus ich bin ganz normal ein Faden hab ich alter ne ich brauch mehr Faden gestern so mein Bruder ne hab ich glaub ich nicht nein nicht nein nicht alter Junge war das knapp ach nur ich muss ja ha 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 mein Bruder gestern ne Achtung auf Kriper achten ne äh der gerade bei mir runterläuft oder wie das ist ja gut oder was oder was ja genau so ein wenn ich zum Beispiel er ist er er ist ja und jetzt ist meine Spitzsäcke kaputt ne zu Maul, du Spasti! Du buddelst jetzt mit deinen Händen und wenn ich das erst nicht bekomme, dann stirbst du. Doch, warte, ich kann eine Crafting-Bedge machen. Oh, vorgeschrittenes Handwerk! Doch, so gut! Wo ist die Spinne? Wo ist die Spinne? Wo ist die Spinne? Spinnchen, Spinnchen! Komm her, zu Papa! Papa! Ich hab noch nie... Hallo? Wo? Hä? Wo zisselt die? Ist aber ganz ruhig, Leute. Wie viel Erd zu haben? Alles. Okay, das war jetzt... Pssst, pssst! Vier. Also, Pssst! Ich bin auf Jagdmission! Ja. Ich bin eine Spinne jagen. Ich brauche ein Spindchen. Mindestens eine. Eine Spinne. Ich habe sogar eine gehört. Wir müssen jetzt leise und langsam verfolgen. Ansonsten trennt sie gleich weg. Du musst reden. Okay. Sonst raus ist kein PC, oder wie? Ja, exakt. Okay. Die ganze Zeit durchreden? Nein! Okay. Nee. Wo ist meine... Wo ist die Spinne? Mann! Ähm, Arnos. Hab ich das Gefühl, ey. Ich find's... Let's play Minecraft mit meinem Bruder. Wo ist mein... Wo ist die Scheißspinne hin? Ja. Mega-talentierte Spinne. Ja, dem Skelett geht's aber auch mega gut, ey. Nein. Ich schieß ihn ab. LOL! Wie ich megamäßig auf mein Herz geachtet hab. Auf meinen Hunger, meine ich. Ja, geil. Ja. Ich hab mega auf meinen Hunger geachtet. Jetzt? Was ist? Jetzt. Dein Hunger. Ähm, dazu sag ich jetzt einfach nichts. Du bist tot. Ach so. Danke. Ja, jetzt kommen die Spinnen an, weißt du? Jetzt kommt sie zu zweit. Oh, Gott. Lass mich mal kurz in Ruhe hier. Ach, die Skeletons beschließen die jetzt gegenseitig sind. Hallo. Hallo. Ja, ich möchte nur kurz was abholen. Ja, meine Sachen. Das wäre nett. Das ist toll. Das ist toll. Ja, das ist nett. Ich muss jetzt erstmal vorüber gegen die Verteidigung. Hier. Na los. Nein. Nein. Oh. 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 Überleg mal, du downloadest du einfach mal so ein Texturumpack und merkst nicht, dass Diamantentexturen einfach mal so stein sind, weißt du? Nein. Boah, Alter, ich kriege hier gerade schon wieder Kim knutschen, ey. Merke ich. Ja, geil. Ja, geil. Jetzt kommt der Super-Creeper. Moin. Zweiter Creeper. Ja. 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 Ja, richtig talentiert hier alles. Pumst, Scheu-Skelett, was droppt das Skelett natürlich. Richtig nichts. Hallo, wie geht's dir, du kleiner Zombie? Hallo, wie geht's dir tot? Na? Na, tot. Oh, ich hab' ich gehauen, und ich hab' ich doch gar nichts getan, und alle brennen. Dein Haar brennt, ihr Fotzen, ihr Mistviele, nein, jetzt brenne ich aus! Haar, ihr brennt immer noch angepasst, oder was? Oh, meine Mutter schritt, ich ja schon hoch. 10 auf, nein, nicht so laut. Ja, so einfach. Haar, ich bekämpfe dich jetzt. Mal ein, komm her, du spielst, ich bin gleich auf Ebene 12, aber ich kehre runter bis auf Ebene 10.